Hallo und herzlich Willkommen zum Doppelten Lottchen oder zum Doppelten Spencer oder wie auch immer. Ähm, das war jetzt zu schnell. Warte mal, kann ich das schieben? Ja, schieben ja, aber ich wollte gerade sagen, ich kann noch nicht auf den Gleisen jetzt. Lass mich mal hoch. Ja, ja, mach nochmal. Ja, du musst es machen, du bist hoch. Ja, du musst springen. Nein, ich kann nicht springen. Mann, ey, ich wollte das machen. Warum musst du das jetzt machen? Du kannst das doch nicht. Nicht? Nein, du kannst es nicht. Du kannst mich mal. Ähm, so, das Ding können wir jetzt theoretisch. Ja, weil rechts kommen wir nicht weiter. Das Problem ist halt, wir können nicht wechseln. Das nervt mich jetzt. Mann, wer hat das jetzt so doof dahingestellt? Ja, du! Nein! Kann ich das hier schieben? Nee, man kann es nicht mehr schieben. Kann man das ziehen? Warte mal. Kann man nicht. Das war jetzt doof, weil das brauchen wir da oben. Na, schnell, geh da auf, geh da auf. Solltest du das ja da drauf schieben? Ja, das muss ich hier drauf. Das Problem ist nur... Die Frage ist, muss das auf der Seite oder auf die andere? Wahrscheinlich eher auf die andere, oder? Aber... Nee, warte mal, bleib mal da drauf stehen. Bleib mal so stehen. Jetzt hoch springen. Nein! Ja, was willst du denn, was ich mache? Du sagst, ich soll stehen bleiben. Du sollst dann rechts auf das Ding gehen oben. Ich war doch eben rechts am Ding. Ach so, damit wir da hochkommen. Warte, warte, ich springe jetzt hier drauf. Das Problem ist, ich komme jetzt noch nicht rüber. Warte mal, ich guck mal eben. Warte, 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 warte. Nee, der geht's hoch. Oh, kommst doch rüber. Das war geil, ne? Ich bin halt, ich habe Power. Ganz. Oh. Ich opfer mich. Willst du da unten? Da kannst du da unten drauf springen immer schön. Ja, ich hätte eigentlich erst, aber das war nicht, äh, was. Ach so, das sind diese... Nein! Ich warte mal, welche Taste? Ich warte mal hier oben. Ich guck mal, bis du, was du da machst. Wir warten, was die Gegenkehrerite macht. Ah, mit rechts, okay. Genau. Ja! Ja, ich habe alles gedrückt, nur nicht die Taste, die ich brauchte. Komm, komm her! Ach, da oben ist was. Ich wollte da jetzt so ein Ding dran machen. Zieh mich hoch! Oh, beam mich up, Scotty! Äh, was machst du da? Hallo, du hast doch gerade doch das Ding oben gehabt. Äh. Ja, kannst du da jetzt nicht das Teil schließen, wenn du das schon drauf springst? Mach doch mal auf das Rad da oben drauf. Mach doch mal! Pass auf, dann geh du auf. Springen jetzt! Ja, ich habe da das Schwert reingemacht. Du kannst auch drauf. Mach auch Schwert! Ja, ich habe das Schwert gerade reingemacht. Machst du nicht, aber meins. Nein, habe ich gerade reingemacht. Das hast du ja gesehen. Das ist so eine gute Perspektive hier. Äh, geh mal da drauf. Mach da mal das Schwert. Ja, das hat funktioniert. Ich weiß, das war ja auch meine Idee. Nein. Nee, das war deine Idee, deswegen habe ich das auch gesagt. Ich habe den ganzen Schatz, das ist meiner. Oh, was ist das? Irgendein magisches Wissenschafts-Dings? Bums. Pontius kann einen Doppelgänger schaffen. Er schaffe einen Doppelgänger, indem du oben unten gedrückt hast. Lähchen. Und nun? Ja, das ist toll. Was denn? Ach so! Jetzt bin ich zweimal da. Ja, habe ich verstanden. Wo bleibst du? Ja, aber was kann ich damit machen? Ich habe das jetzt gerade aktiviert. Ach so, was denn? Dann kann man den ja drauf stehen lassen. Ja. Wieso habe ich den Hammer jetzt drin? Warte mal. Wo hast du den denn her? Ach so, habe ich gewechselt. Meine ist doch schon da. Du musst hier auch drauf stehen. Ja, da stand ich eben. Nee. Das habe ich doch schon aktiviert. Ich weiß nicht, was du jetzt willst. Ja, aber normal. Äh, pass auf. So? So wie die Dinge stehen, weiß ich nicht, ob ich auch nur noch halb der Ritter bin, wie ich mal war. Kannst du deinen Doppelgänger mit dem Schiff nach oben platzieren? Nein, das hättest du machen müssen. Wie, das hätte ich auch machen müssen. Ja, weil er halt alles macht, was ich andererseits, dann wäre es umgekehrt genauso. Ja, warte mal. Nee, warte doch, das können wir machen. Moment. Ja, nee, aber dann springst du ja. Nein. So, pass auf, pass auf. Warte mal, ich gehe jetzt hoch, mach mal dein, mach mal das Schild bei dir hin. Nee, ein Stück weiter. Ach so, für dich jetzt mal. Wieso springen? Hä, wieso ist deiner, wieso macht deiner kein Spiegelbild? Doch, warte. Hä, jetzt? Nee, der macht es nicht mehr. Ich dachte, warum macht er das nicht? Ich bin auch jetzt hier. Hä? Hä? Und warum sieht das auch doppelt aus? Warte mal, nach oben zielst und anschließend den Doppelgänger beschwörst. Jetzt ist er da. Ja, das ist meiner, aber... Nee, das ist meiner. Hä? Mach mal. Das ist meiner. Ich kann den steuern. Ja, warum habe ich den jetzt gerade ansteuern? Nee, nee, das ist meiner. Komm, siehst du, das ist meiner. Der bewegt sich auch. Ah, das ist cool. Man muss es nur verstehen. Ja, aber das dauert, bis du dann die Dinger richtig hast. Bis du das verstanden hast, ich weiß. Kann man den da unten hin platzieren? Nee, kann man nicht. Ach so. Ja, ja, der Doppelgänger läuft noch mit, aber... Ach, der fällt durch. Nee. Aber warum geht der nicht mit? Der müsste doch mitgehen jetzt. Hä? Warum geht der nicht? Der soll da unten drauf gehen. Hey, wieso hast du meinen jetzt weggenommen? Man kann anscheinend nur einen spawnen, wenn ich meinen spawnen und du machst einen, oder? Ach, warte mal. Geh, äh, Kuh muss man halten. Ah, warte mal, Moment, Moment, nochmal. Nee. Hauche. Drücke Kuh und hauche... Ah, mit Kuh nochmal drücken, okay. Äh, ja? Okay. Verstanden. Stell dich mal da drauf. Ja, was soll ich denn dann drücken? Ja, weiß ich nicht. Du musst nochmal die Taste drücken zum Verordnen. Oh, oh. Äh, okay. Da oben kommt... Wir müssen die Doppelgänger aktivieren, das weiß ich jetzt schon, aber die Frage ist, wie und wo. Also... Wenn wir die links jetzt beide aktivieren und einer drauf geht, aber so hoch kommen wir nicht, oder? Ich wäre oben, aber... Ja, genau, so kommst du hoch, komm. Alter, was war das denn? Wieso ist jetzt mein Schwert hier auf einmal hergekommen? Ach, da hinten war noch was, oder? War da hinten nicht noch was? Links nicht, wenn du das meinst. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Äh... 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 Okay. Da kommt man aber nicht von rechts dran. Ob... Ja, äh, warte mal. Kannst du nicht theoretisch da hoch? Warte, warte, warte. Und das Schwert nach links durchwerfen? Nee, da musst du nach oben halten erst. Ja, mach ich doch gerade, hä? Ja, aber nicht, wo du ihn beschworen hast. Äh, warum... Der reagiert nicht... Ah, ich darf nur einmal drücken. Okay. Ah. So. Nee, warte mal. Nee, das ist doof. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Äh... Der muss unten stehen, aber der muss in der Puse stehen. So, genau. Du musst aber deinen nochmal machen, damit du da reinkommst. Du musst aber nach oben halten. Du musst da drauf stehen. Ja, aber nach oben hinten. Nach oben das Ding halten. Ja, und jetzt den Beschwör... Du kannst echt nur einmal schwören, oder was? Ja. Hä? Oder kannst du das... Kannst du rechts eventuell das Ding... Warte mal, ich mach mal eben meinen Hilden. Kannst du rechts eventuell das Schwert... Ach so, oh. ...hin machen, ja, oder wo? Du musst... Da muss man jetzt von der anderen Seite... Aber... Ja, du musst jetzt auf jeden Fall erstmal hauen. Also schießen, schieß mal. Schieß mal. Nein, ich hab nicht die... Ja, ich würde jetzt hier... Ja, komm mal, nee, komm mal her. Komm mal her. Das war jetzt dumm. Das war jetzt richtig dumm. Du musstest nur schießen, dann hätte ich die linke Seite gemacht. Ich komme auf die andere nicht. Warte mal. Wie kommen wir denn dahin? Was denn? Ja, wie gesagt, du hättest nur schießen müssen. Hab ich doch. Aber das bleibt ja nicht. Deswegen wäre ich ja auf die andere Seite gegangen, da du jetzt aber nicht mehr oben bist. Doch, bin ich doch. Ich weiß nicht, was du jetzt von mir willst. Mach du? Ja, jetzt hast du meinen weggemacht. Der macht jetzt alles, was ich mache. Ach so, dann ist deiner oben. Äh, sonst hätte ich jetzt... Weil wir müssen die alle drei gleichzeitig treffen, nehme ich mal an. Dann hätte ich sonst nämlich... Wieso bin ich jetzt so gut? Sonst hätte ich meinen hier unten hingestellt. Lass mich erstmal nochmal hochgehen und ich bleib da oben. Und du machst unten dann die anderen. So, ich bleib hier und jetzt nimmst du deinen und gehst rüber und machst mit deinem drüben das erstmal. Das war das, was ich dir die ganze Zeit gesagt habe. Das Problem ist nur, du kannst da nicht gleichzeitig... Obwohl ja doch, ich könnte den so hinstellen. Ja doch, dann können wir das ja so machen, wie ich es dir gesagt hatte. Aber der muss drüben bei dir sein. Ähm, warte mal, erstmal so. Kriegt man den auch irgendwie hier hin? Komm ich da hin? Ja. So. So. Drei, zwei, eins. Das war sehr synchron. Ja, bei mir war es extrem synchron. Das hat auch genauso funktioniert wie gedacht. Ah! Ja, ist klar. Ne, meiner ist da durchgelaufen, deswegen. Mann! Ja, aber ich komme nicht da rüber. Mann, warum geht das nicht? Mann, ich... Mann, ich hatte hier hin, so. Das ist jetzt aber... Ich gehe da oben drauf und gehe da zurück. Mann, ich gehe hier hin, nicht. Mann, ich gehe hier hin, nicht. Mann, ich gehe hier hin, ich gehe hier hin, nicht. Mach mal Die Frage ist nur, wie soll ich da oben... Du musst mit dem Schwert nach oben... Kannst du mir den Schwert nach oben werfen? Nee, nach oben, um den Strahl anzumachen. So kann ich das? Ja, ich denke schon, aber... Nee, dann blockt der automatisch. Ich finde das auch scheiße, dass ich nicht meinen nach oben kann. Warum? Ja, geht doch. Nur da... Ach so, ja, da musst du dann weitermachen. Beziehungsweise... Ja, wir wissen mehrere, wir sind sich auch noch mal da oben. Was ich nicht kann, weil ich den ja... Geh mal, häng dich mal an das Ding da dran, hier, an das da. Ach, warte, da muss ich dich hochlassen. Warte, geh mal da hoch, geh mal hoch. Ja, aber dann ist der... Ach so, warte mal. Doch, glaubst du mir doch. Ich kann ihn noch festmachen. Nein, du sollst da hochgehen. So. Nein. Ja, und jetzt da rein, genau. Warum denn nicht gleich so? Ja, ich hatte vergessen, dass ich den festmachen kann. Ich dachte, der macht jetzt die ganze Zeit das, was ich auch mache, weißt du? Da bin ich. Ich habe dieses Dings gefunden. Es gab wohl keine Feuerbille mehr. Jetzt will der auch Feuerbille mal aus. Was für ein Dings hat er denn bekommen? Das Dings. Ach so, der meint das, was wir jetzt gemacht haben. Sag mir das doch einfach. Das bringt mir jetzt nichts. Hä? Warum kann ich das nicht machen? Du musst unten den Doppelgänger in das Gift reinmachen. Hallo, wieso macht er das nicht? Ah, jetzt. Jetzt den Doppelgänger auf die Kette. Der fällt doch runter. Du musst auf das Gitter gehen. Ja, er kommt. Ach, der ist in mir drin gewesen. Sag mir das doch. Toll. Ja, das war schlau. Da musst du schon springen. Du darfst nicht in das Gift gehen. Da muss ich da hochspringen? Aber was bringt mir das? Dann hänge ich da nur. Nein, mach es doch. Doch, wie du siehst, ja. Och, geh doch einfach anstatt zu plucken, Mann. Spring! So, warte. Oh. Die sind aber anscheinend nicht so stark wie die Originale. Ja, aber der macht den... Aha. Der Noir von Antioos ist ziemlich still. Warum ist das jetzt aufgegangen? Ich glaube, das war so gewollt. Hier, kannst du das hier machen? Warte mal, warum leuchtet das hier? Ja, weil du was dran machen kannst wieder. Nein, mach mal deinen Zauberer. Ja, ich dachte, du springst nur einmal kurz hoch, um das zu holen. Ja, aber es reicht nicht hier. Ja. Du musst den Zauber... Du musst deine Platte dran machen. Ja, musst du denn da oben noch was machen? Ja, da ist noch so ein Ding. In welche Richtung? Rechts oder links? So, ja, ja. Machst du so da dran. So. Oh! Okay, machst du so nicht. Kannst du da noch eine dran machen oben? Äh... Warte mal, ich kann das wieder nicht anvisieren hier. Oh, ja. Ja, schön. Auf der Seite, ja. Danke, dass du mir die Sachen immer so da reinknallst. Was? Oh, das war knapp. Na, na, na. Ich hab ne Rampe. War das jetzt nur das eine? Ey! Ich wollte das Ding wegmachen. Gut, das ist cool. Okay, ich bin gerade überfahren hier. Macht nichts. Eikaramba! Bist du da jetzt durch die Luft gefallen? Nein. Ich doch nicht. Nein, ich bin... Aua. Brenne, du alte Ratte! Habt ihr gehört, was die Ratten vorm Kampf gesagt haben? Sunny hat sie ins Königreich eingeladen. Wieso bin ich nicht da drauf? So hat sie also die Ohrwerkretter eingeschlossen. Jetzt bleibt doch nicht, aber das ist auch okay. Hä? Ich kann dir noch ein Brett wegnehmen. Guck mal. Na, äh, was machst du da? Ich mach uns den Weg voll. Warum hast du jetzt die scheiß Platte davor gemacht? Ich hab uns den Weg frei gemacht. Nee, der ist nicht frei gemacht. Das ist doch scheiße einfach. Du musst allerdings hier drauf. Hä? Ach so. Hier drauf kommen. Warte mal. Nee, das ist gar nicht dafür. Hä? Siehst du da links noch was? Nein, das hab ich schon geholt. So nicht. Ähm, ja, ist die Frage. Müssen wir dann hier unten weiter oder nicht? Also hier ist halt dieses Strahlding. Das ist das, was mich irritiert. Weil das heißt dann ja normalerweise, wir brauchen dann weiterzukommen. Aber offenbar kommen wir da nicht weiter. Sonst würdest du ja was sagen. Nee, ich bin unten weitergegangen. Komm mir jetzt doch weiter oder was? Ja, aber musst du sie nehmen. Ich kann den Dicken aber gar nicht nehmen. Nein, du musst sie nehmen. Du musst abseilen dich und dann musst du dich rüberschwingen. Abseilen? Abseilen? Was oder oben? Auf die Plattform springen erst mal. So, jetzt muss ich das Timing haben. Der Wagen muss sofort... Nee, jetzt hätte ich springen müssen. Auf den Wagen. Jetzt springen. Und wieder. Ja. Hier, hol mal die Dinger. Hä, wieso geht das wieder hoch? Hä? Äh, jetzt springen schnell, springen! Nein! Ich würde eigentlich mal gucken, was da oben ist. Da unten ist irgendwie scheiße. Warte mal. Warte mal. Ah, dran kleben kann ich nichts. Ich kann höchstens was machen, was da kaputt geht. Ich krieg's nur sehr kurzfristig hin und du kannst rechts mit der Bogenschützlin dich festmachen, aber... Du hast nur ein minimales Zeitfenster, wenn ich das mache, ich weiß nicht, wie tief das sinkt mit dem hier. Guck mal, ob ich die Pfeile hochleiten kann. Dann kipp mal an etwas, kipp mal an etwas. Ja, stopp! Ja, so, okay. Äh, jetzt, nee, jetzt mach das Ding mal weg, weil der Stein geht nicht kaputt im Lala... Äh, nee, die kann nicht... Lalalulaland? Oh, scheiße! Äh, äh, Mist. Nee, lass den mal da! Ach so, den kann ich... Ach so! Nicht so... Die Frage ist nur, kann ich das noch machen, wenn ich, äh... Er war super, weil er jetzt ist, aber... Du hast ne Bombe schon wieder dahin gelegt. Nein, hab ich nicht! Okay, das habe ich befürchtet, dass das nicht geht. Ähm, das Problem ist, ich kann mich rechts nirgendwo... Doch, 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 warte. Was war'n das jetzt? Jetzt warte doch mal! Mann, das Ding muss ein bisschen rüber gehen. Ja, das Ding muss erstmal rüber. Ich komm' ja gar nicht rüber. Ach, der hängt an dem einen Teil... Das ist nicht dein Ernst jetzt. Vielen Dank dafür. Kannst du mal den Stein ein bisschen noch da rüberschieben? Der ist ein bisschen zu weit hier. Ja, von hier sehe ich jetzt natürlich nichts mehr. Ach, jetzt. Weiß nicht, was du mit dem Ding da oben willst. Ja, jetzt kann ich es aber nicht anvisieren. Das ist das Problem. Du musst ja auch... Du musst den Stein unten mal etwas rüberschieben, bitte. Nach rechts. Wieso kann ich den jetzt nicht anvisieren? Scheiße. Ich muss sich von da aus probieren. Ich weiß aber nicht, ob ich da hinkomme beim Sprung. Natürlich nicht. Muss weiter links sein. Moment, Moment mal. Ja, es liegt ja noch nicht richtig hinten. Stopp doch mal eben. Es liegt trotzdem nicht richtig. Mann, was ist das denn? So, kannst du hier springen mal runter? Nein, kann ich nicht, weil ich dann immer in die Lava falle. Das habe ich jetzt gerade schon mehrfach gesagt. Spring doch mal bitte. Einmal. Nee, ich kriege den nicht nach links. Nein, du sollst einmal springen, bitte. Einmal lang. Das ist doch nicht mit Anlauf. Wieso springst du nicht mit Anlauf? Ich knall oben dagegen. Verstehst du das nicht? Wenn der da liegt, komme ich da nicht hin. Ich mache wieder ab. Dann zieh mir den wieder rüber. Jetzt kann ich hier wieder nicht amüsieren. Du kannst ja jetzt den Dingsen. Du kannst ja rüber. Du kannst ja nur da oben ran machen. Ich weiß nicht, ob du da so drankommst mit dem X. Wenn ich das jetzt mache, dann fahre ich runter. Ich kann, ach jetzt. Ach so, weil du auf dem Seil drauf warst, deswegen. Hol den mal hier hin, genau. Top. Man muss aber trotzdem... Sieh das mal ein Stück vor oben. Dass der ein bisschen vorguckt. Der guckt nicht weit genug. Das ist gerade das Problem. Das geht ja nicht. Doch. Ich kann das nur oben drauf liegen, mehr nicht. Amadeus, du hast mit keinem Wort Margret erwähnt. Moment, Moment, Moment. Sollte deine Frau nicht wissen, dass du noch lebst und eure Kinder entführt wurden? Ähm, also... Nein, nein, nein. Margret will gerade nicht, dass wir unter einem Dach leben. Daher will sie bestimmt nichts von mir hören. Ja, das tut mir natürlich sehr leid für ihn. Was mir auch sehr leid tut, ist, dass wir hier am Speicherpunkt erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge ansehen werden. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.